Euer ganzes Eintrittsgeld ist draufgegangen für Thomas. Wir sind ganz froh, einen großen Applaus erst wirklich. Von einer Minute zu einer hat er ja gesagt, war für ihn kein Thema. Und wir sind alle sehr stolz, dass er hier ist. Und er hat Geburtstag heute. Robert Kirschner für die Fantastischen Bilder. Ein großer Dank an Patrick, das ganze Team von Borsten, das hier alles gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Seid ihr bereit? Ja, Patrick? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.